Artikel 23 Recht auf Arbeit und Schutz der Arbeit Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf befriedigende Arbeitsbedienungen und auf Schutz für Arbeitslosigkeit. Jeder hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Jeder hat das Recht auf einen fairen Lohn. Der Mindestlohn verbietet das leider. Also der Mindestlohn ist kein fairer Lohn, der ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Wenn der Lohn dazu nicht ausreicht, muss der Staat zusätzlich dafür sorgen. Jeder hat das Recht zum Schutze seiner Interessen eine Gewerkschaft zu bilden oder beizutreten. Dazu kann ich nur sagen, Recht auf Schutz der Arbeit. Es gibt Arbeitgeber, die stellen absichtlich, also sie machen die Arbeitsbeschreibung für länger möglich, mit der Probezeit von sechs Monaten. Sie möchten aber den, sie brauchen die Stelle aber eigentlich nur für sechs Monate. Da ist es aber für viele unlukrativ. Deswegen bewerben sie sich nicht drauf. Sagen den Bewerber aber nicht, dass die Stelle für sechs Monate ist und werfen den grundsätzlich, egal wie gut der ist, aus einem banalen Grund dann nach einigen Monaten wieder raus, solange die Arbeit dann erledigt ist. Das gibt es auch. Dazu kann ich nur sagen, wer aus einem unlogischen Grund innerhalb der Probezeit gekündigt wird, hat das Recht dagegen zu klagen und Entschädigungen zu bekommen. Denn das ist nicht im Recht auf Arbeit und Schutz der Arbeit enthalten und verboten. So, bis dann, bis in Artikel 24. Bis zum nächsten Mal.